Das Kundengespräch. Video Du. Einfach bessere Videos machen. Bis es zum Kundengespräch kommt, dauert das eine Weile. Du musst ja, wie gesagt, diesen Funnel aufbauen, diese 7-Kontakte-Regel. Ich habe es dir oben nochmal in einem Link oben verlinkt, da kannst du dir das Video nochmal gerne angucken. Beim Kundengespräch ist es ganz, ganz wichtig zuhören. Fresse halten, zuhören. Der Kunde erzählt dir sein Problem und du musst sein Problem nochmal genau paraphrasieren, heißt das in der Kommunikationssprache, aber du musst es nochmal spiegeln. Ah, habe ich sie also richtig verstanden? Sie haben jetzt zu wenig Produkte verkauft, möchten jetzt gerne mehr Produkte verkaufen und was ist denn, und dann würde ich nochmal nachfragen, was ist denn ihre Zielgruppe? Und dann kannst du herausfinden, wo sein Problem ist. Wenn du sich vorher schon mal mit seinem Problem befasst hast, dann weißt du auch, ah, da muss ich ansetzen. Und wenn du beim Kundengespräch richtig zuhörst und die Probleme deines Kunden analysieren kannst in diesem Gespräch, dann hat der Kunde Vertrauen zu dir und sagt, bestimmt hör mal zu, das ist der Einzige, der mich verstanden hat. Denn darauf kommt es nur an, dass der Kunde nachher mit einem guten Gefühl nach Hause geht und sagt, der hat mich verstanden, der weiß, wovon er spricht, dem gebe ich auf jeden Fall den Auftrag. Jedem, wenn du zu einem Kundengespräch gibst und machst es falsch, also ein falsches Kundengespräch wäre, du ballerst ihn zu mit, also ich nenne das gerne Faktenmassaker, du ballerst ihm, ich habe eine Wett, ich kann das, ich habe 4K, 8K und das. Und der interessiert den Kunden nicht, da hat er keine Ahnung von. Der will einfach sein Problem gelöst haben, nichts mehr. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Mein Name ist Sven Sulik von videodoo.de. Ich habe noch ganz coole, viele Podcasts, die du gerne anhören möchtest, anschauen kannst von coolen Kollegen. Der Link kommt jetzt oben oder unten in den Kommentaren. Findest du auch nochmal alles. Ich würde mich riesig freuen. Ciao, dein Sven Sulik. VideoDoo. Einfach bessere Videos machen.